Das Spiel ist aus. U21-EM, Qualifikation für die EM im Jahre 2021. Einer Satz wieder mal wieder. Weißrussland gegen Gibraltar. Gibraltar kriegt übrigens auch die Fresse. Weißrussland zerschießt die wortwörtlich. Fiel mehr Ballbesitz. 30 zu 2 Schüsse. 18 zu 0 Schüsse aufs Tor. 65% Ballbesitz zu Weißrussland. Weißrussland klar besser. Das Spiel war in Gruppe 7. Der U21-EM, habe ich ja gesagt. Damit ist Weißrussland erstmal auf Platz 1 in der Gruppe. Gibraltar letzter mit 2 Spielen. 0 Siegen und dann minus 10er Tor-Differenz. Glückwunsch an Gibraltar für die Leistung. Nee, Weißrussland verdient gewonnen. Glückwunsch. Und wenn sie jetzt in Zypern noch so zerschießen, dann kommen sie in die EM ohne Probleme. Wegen Glückwunsch meinerseits. Weißrussland verdienter Sieg.